So, hallo Leute, willkommen zurück bei Rage. Ich habe das Spiel immer neu gestartet aufgrund des Grafik-Bugs. Ich habe jetzt nochmal den Texture-Cache auf groß gestellt, in der Hoffnung, dass die Nachladefehler weggehen. Und sehr schöner Screenshot hier. Jetzt sieht man nochmal die Grafik-Bugs. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht wieder. Also, und ich hoffe gleichzeitig, dass das Spiel jetzt nicht ruckeln wird. Aufgrund des erhöhten Texturen, Zwischenspeigers, wie auch immer. Und, naja. Im ersten Moment sieht das besser aus, wenn ich es mir mal angeguckt hat zumindest. Okay, die Texturen sollten jetzt nicht mehr so oft nachladen. Und hier kommen auch schon wieder die Bands. Alter, die Stift nicht. Krass. Da wird mir doch eine Munition nicht mehr reichen. Das ist natürlich böse. Ich werde zurück in die Stadt fahren. Denn ohne Munition komme ich gegen die Helden nicht an. Ah, Hilfe! Okay, jetzt sollte das Spiel auf jeden Fall deutlich netter aussehen mit den Texturen, die... Äh, ja, länger zwischengeschweigert werden und somit das Nachladen verliegen wird. Okay, dann kann ich jetzt zurück in die Stadt. ...gespeichert bleiben und somit nicht immer wieder neu laden müssen. So, hier. Ja, Jacky. Es war ganz lange her, dass der alte Jay Kane Fahrer dabei hat. Tja. Hoffe bloß, du fährst besser als du schießt. Bitte, ich schieße. Eiser. Und Hals- und Beinbruch. So, Slim. Dann lassen Sie mal bei einem Rennen mitmachen. Lust, einen Blick auf den Rennplan zu werfen? Das Sponsoren-Rennen. Annehmen. Und... Gut, jetzt habe ich keine Munition gekauft. Ich hoffe, ich brauche hier keine. Willkommen Rennsportfreunde zum Packen in das DH Sponsoren-Rennen. Heute sehen wir den Kampf der besten Piloten um die besten Sponsoren. Ich setze den Mutant Bash-TV-Schnellzugruf ein, um dieses Rennen mit Leichtigkeit zu gewinnen. Okay, wie auch immer ich den einsetze. Und, was auch immer der macht, drücke die Q für die Mutant Bash-Waffe, okay. Ich warte erstmal, oder? Oh Gott, jetzt so. Oh, nice. Allerdings wollte ich aufhören, so schlecht zu fahren. Oh mein Gott, das war eng. So, weiter war das Turbo. Oh Gott. Nein. So, ich habe also eine starke Waffe im Hintergrund. Kann die insgesamt noch fünfmal jetzt einsetzen. Aber ich versuche einfach, so erst da zu bleiben. Im Moment sieht das ja gar nicht nur so schlecht aus. Und ich bin sogar der Meinung, mit dem größeren Texturen-Speicher läuft es von mir noch ein Stückchen besser, weil er halt lieber nachladen muss. Zumindest habe ich jetzt konstant 40 FPS, oder 36, besser gesagt. Was, und alles über 30 läuft flüssig, so viel kann man sagen. Ohne Aufnahme habe ich natürlich locker die 60 Frames, aber... Ich nehme mir vor, ja, auch. So, ich glaube, ich habe auch schon einen recht netten Vorsprung in hier eingefahren hier. Und müsste schon sehr, sehr, sehr viel falsch machen, um das noch zu verlieren. Ich muss mal, dass wir hier runterfallen. Das tue ich aber nicht. Hoffentlich gerne wissen würde, was dann passiert. Ob ich dann wieder neu aufgepackt werde, oder wie auch immer. So, gleich haben wir es doch. Da oben liegt ein Fuß rum, wenn ich es durchgelegen. So, da sehe ich auf dem Seer, und dann habe ich gewonnen. Krieg 15 Karten und ein Caprina. Okay, das ist ein neues Auto. Sehr gut, das hätte man sich vielleicht auch denken können. Habe ich aber nicht. Habe ich nicht. So, ich wollte noch ein bisschen Munition haben, Rusty. Die besten Autoteile, die es gibt. Ja, ja. So, und was gefunden? So, wir müssen Munition haben hier. Äh, wieso habe ich so viel im Inventar? Ich hatte da doch nichts mehr. Wahrscheinlich würde ich das irgendwie anders bekommen. Keine Ahnung. So, Raketen brauche ich nicht. Der Rest brauche ich auch nicht. Caprino. Brauche ich da jetzt noch die Minigun? Was haben wir denn hier in Hammer? Interessant. Ich vermute mal, die Buffer, da ist es schon drauf. Und dann hole ich mir noch... Soll ich mir kaufen den Hammer? Dieser cooler Grillfeindliche Fall. Das hört sich doch gut an, oder? Den nehme ich. Okay. Oder gilt das schon als Waffe? Ne, das ist als... Oh Gott. Okay. Und die MG hat er hier anscheinend von... Standardmäßig schon drauf. Okay. Secondhand-Motiv. Super. Okay, dann reg ich erst mal wieder raus. Man sieht sich. Und was habe ich denn jetzt? Okay, zum Sheriff. Gehe ich jetzt mal zurück, dann kann ich die Mission jetzt annehmen. Die er mir zu geben hat. So, Herr Sheriff, ich habe meinen Caprino. Jetzt gib mir die Mission. Nee. Ich bin gespannt, was dein kleiner Auftrag sein wird. Wobei die Banditen alles tun werden, um dir die Sachen abzujagen. Aber mit dem neuen, besser gepanzerten Wagen mache ich mir keine Sorgen um dich. Wird nicht einfach. Meinst du, du schaffst das? So, ich soll Vorrede zu den Männern am nördlichen Wachtturm rein. Meine Männer können nicht ewig warten. Alles klar. Jetzt hau... Also, bitte. Noch ein bisschen netter sagen, Herr Sheriff. So, ich bin natürlich auch komplett falsch gelaufen. Aber ich kann ja rüber springen. Das ist doch mal was. Ich laufe falsch. Wir haben Fleisch vorbei. Links abbiegen. Dann Richtung Münster. Ja, danke, danke. So, dann werde ich mal den Caprino nehmen. Und Wellspring in Richtung Ödland. Oder auch Wasteland genannt. Ähm, verlassen. Ich werde aber erstmal die Mission für den Bürgermeister machen. Und zwar muss ich dafür rechts langen. Drücke Rad nach unten um Caprino die Waffe zu wechseln. Okay, was ist das für eine Waffe? Raketenwerfer? Keine Ahnung, ich bleib jetzt erstmal. Yeeeey. Oh Gott. Nicht schlecht. Aber hier oben ist noch nichts mehr, oder? Pfff. Ah. Das war sehr unklug. So, gibt's denn hier keine Gegner mehr? Doch, da ist einer. Zack. Du bist tot. Ah. Autsch. Das waren kleine Autobomben. Eine kleine Autobombe. Die tat sehr weh. Okay, haben wir eine neue Mission. Okay, das sind Raketen, ganz offensichtlich. Die aber nicht so schön zielsuchend sind, oder? Gut. Zack. Na gut. Hauen schon deutlich mehr rein. Wo bist du? Oh Arschloch. Ich will mal meinen neuen Kühler gerade ausprobieren. Komm schon. Ich kann doch stehen, du Held. Na dann schießt die Held einfach mit Penner. So, das sind einmal 100 Dollar für mich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weniger bekommen habe, weil ich einen zweiten Versuch gebraucht habe, weil ich ja eben noch keine Munition mehr hatte. Wo soll ich langfahren? Ich verwirrst mich. Ich muss hier hoch. Okay. Und dann fahren wir doch mal hier hoch. Oh, ich bin mal ein bisschen Torbo. Ah, sehr gut. Einfach die Dinger kaputt fahren. Und schon nervt die Idioten mich nicht mehr. Zack. Auch du bist tot. Ah, okay. Der Effekt. Vom Kühlergrill war auch schon ganz klar eben. So, was wollt ihr mir denn erzählen? Bitte? Zack. Wer ist jetzt der Bastard? Hm? So, gehen wir hier hoch. Wir müssen ein bisschen ein Bier mitnehmen. Ey, wer schießt auf mich? Wird ihr alle noch verruhen, dass ihr auf mich schießt? Denn ich werde euch alle vernichten. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen Munition mitnehmen sollen. Ich glaube, ich brauche nur meine Pistole. So, was kann ich hier? Ich kann mich mit dem Aufzug gleich nehmen. Oder gibt es eine Leiter? Sieht erst mal nicht danach aus. Versuche ich immer. Voll, hier ist ein Aufzug, oder? Ist das ein Aufzug? Hm. Ich will hier hoch. Ich komme hier hoch. Was passiert jetzt? Irgendwas passiert. Aber ich kann nicht einschätzen was. Bitte, sag mir, was passiert. Nimm das verfeinerte. Okay, wo ist es denn? Ah. Sehr gut. Jetzt kommen die Vier. Na, komm. Was willst du machen? Schweren willst du? Das Lagerheit kann ich dir weiterhelfen. Den Tod bringe ich dir gerne. So, dann wieder zurück in unser Auto. Was haben wir hier denn im Briefkasten? Der blinkt so komisch. Nichts. Er sucht Fahrer. Ja, das wissen wir bereits. Bei Gelegenheit werden wir das auch mal machen. Ein paar Pakete ausfahren. Fällt auch schon gleich. Mal gucken. Wenn wir erstmal wieder zurück zum Bürgermeister, ihm die Probe bringen. Und... Dann schauen wir mal. So. Komm mal wieder durch diesen schönen Tunnel. Ein formschöner Tunnel. Äh, links fahr ich. Ich guck mal, ob uns gleich wieder ein paar Idioten begegnen, die sterben wollen. Denn auch das, wie gesagt, wenn's ums Tönen gehen, mach ich das doch gerne. Eine Bombe. Eine Bombe. Oh Gott. Interessant. Das fand ich durchaus interessant. So, müssen Torbo gehen. Ich will schneller fahren. Immer schneller und schneller. Hier, Fatschab-Turbo. Haha. Das sieht doch cool aus. So. Wir fahren Richtung Wellspring-Eingang. Da sind wir ja schon. Habe ich eigentlich noch die andere Mission offen jetzt? Genau. Machen wir erstmal nachschub für die Wache. Na toll. Das ist ja. Ach so, das war jetzt aber nicht der Wachtturm, wo wir eben waren, oder? Ne, kann da nicht sein. Das war in der Turm von den Gegnern. Ah. Aber es war die selbe Richtung. Das heißt, ich war jetzt... Naja, egal. Ich will den Auftrag erstmal fertig machen. Das ist auch mal wer. Quatsch. Ah, das war dumm. Voll daneben. Ah, das ist keine Scheiße. Ah. Ich fährt ja drüber. Mal hin. Hab ich's kaputt gefahren, glaube ich. Zack. So einfach ist das. So, leider gibt das hier im Moment kein Geld, das... Ja, keine Ahnung warum. Gibt's halt nicht. Das bin ich sehr schade. So, ein bisschen vorbegeben. Wir schnell über die Brücke kommen. Schauen wir auch, wenn eine Rennsteige genutzt wird. Züb, züb. Und scharfe Linkskurve. Hallo Freunde, ich komme in Frieden. So, ich habe Vorräte für euch. Gute Arbeit. Diese Ausrüstung haben wir gemacht. Das haben wir gedacht, deswegen bin ich hier. Pass auf dem Rückweg auf. Ihr Fimmelsbruch. Ach, keine Sorge. Ich kann auf mich aufpassen. Also die Steuerung geht vielmehr beim anderen Auto, beim Düdenjäger deutlich besser. Ist hier mal ein bisschen schwerfälliger hier. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sich die Nachteile hat, wenn ich durchdrücke, dass er hier immer komplett leer ist. Na komm schon, stirb'n Ich komm von nicht um die Kurve So, fahren wir jetzt wieder zurück in die Stadt Dann können wir gleich zwei Missionen abgeben Den holte ich mir gleich auch noch mal, das hab ich jetzt Bock drauf Ich werde beschossen So, einmal umdrehen Und dann, diesmal treffe ich Davon kannst du ausgehen, Kollege Yaaay Und, zack So einfach ist das Ich weiß noch nicht so ganz ob mir das irgendwas gebracht hat Dieser Stunt, aber immerhin Ist dieser Wachtturm da, dieser kleine Wachtürmchen kaputt Das heißt, er wird mich hier beim nächsten Mal, wenn ich hier wieder vorbeifahre, nicht mehr belästigen Hoffe ich zu wenig, ich weiß nicht, ob die wieder spawnen oder irgendwas Beziehungsweise neu aufgebaut werden Erstmal in die Stadt rein Uah, zack Ich glaube, diesmal hat er auch ein bisschen Schaden genommen Unser neuer Captrino oder wie auch immer das Ding hieß D-d-d-deo Du brauchst mehr Geld Nein So, 18% Ja, reparier ich mal lieber Boah, 23$ Das habe ich mal noch übrig Für neue Geschäfte gewährleisten Leider werden So, erstmal jetzt zum Bürgermeister Komm ich hier nicht auch anders hoch, ne Ah, gute Arbeit Da habe ich ja genau den richtigen gefunden Wusste doch, dass die Banditen was planen Und das ist der Beweis Was auch immer sie da haben Ungefährlich ist es garantiert nicht So viel ist sicher Bitte bringen sie es zu jemandem, der uns sagt, was es ist und was wir damit anstellen sollen Mhm Der alte Quasir Was für ein Eremit Intelligentes Kerlchen Bringen sie ihm die Probe Er kann sie sich ansehen So, wir sollen die Probe jetzt zu Quasir So bringen, der wohnt im Norden Und den Auftrag nehme ich doch schon mal an Und dann gehts nochmal schnell zum Sheriff Sheriff Black Hat einen starken Anstieg der Banditenaktivitäten im Norden der Stadt beobachtet Engale Bash die Entscheidung Will die Gegend wieder sicher sein Vielen Dank für ihr Verständnis So, Kollege Sheriff hier Ihr habt deinen Auftrag erledigt Gib mir Geld Großartig Ich hab gehört Mein Mann im Turm hat sich glatt ein Ast gefreut Hier hast du was für deine Mühen Was krieg ich? 175 Dollar Allerdings Das ist doch keine so schlechte Idee So, wir sollen also Ein paar Bombenautos basteln Und die Sprengstofflager in die Luft jagen Okay So, allerdings Vorher möchte ich ja mal ein Paket auftragen machen Mal gucken wie das genau abläuft Läuft So, Stanley Ich hab hier noch ein paar Lieferungen So, ich kann mir sogar Okay, wahrscheinlich Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeitsgrade Ich nehme gleich den schwersten hier Achter auf Banditen und die Uhr Viel Glück So, dann wollen wir mal ein Paket ausliefern Ich kann auch kein Auto wählen Vielleicht kriege ich ein Boten-Auto Tatsächlich Und ohne Waffen Es ist Lieferzeit Bring die Pakete zu den auf der Karte markierten Orten Und sei pünktlich Denn sonst bezahlt ihr Stanley Kein Pfennig Ich will ja auch Cents und Euro haben Und Dollar meine ich So, dann Gehen wir mal ordentlich Gas Ich hab mir keine Waffen Das heißt wir müssen uns rein Auf die Zeit konzentrieren AAH Was ist das denn? Weil wer will denn hier ein Paket haben? So ein Blödsinn Na gut Na gut Machen wir erstmal wieder runter So, dreh dich mal wieder um